Hallo meine Freunde der Sonne! Da sind wir wieder und wir spielen wieder... ähm... ja... ...suchen und... äh... verstecken... äh... okay... ähm... äh... 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 ...klappt das oder mal? Aha! So, ich bin fixiert dargestellt, sehr schön. Da ist irgendwas, ne? Da will ich mal... ...wil ich mal gut sehen. Ah, okay! Da kann man schneller mitlaufen. Ich finde das halt einfach so übel, wie hier einfach mal eine... ...Vase rumläuft, ey! Ah, das ist... das ist auch... heftig! Sich einfach in Gegenstände verstecken! Ich will auch gerne in der Vase sein! Ich suche jetzt eine Vase! Geht das auch? Stuhl? Da ist ne Vase! Geil! Oh, da... okay... Vase ist schon echt heftig hier! Ich bin eine wunderschöne Vase! Ich bin eine wunderschöne Vase! Vase! Also, Vase finde ich... Respekt! Also, wenn ihr das sehen, du... Guck, wir laufen einfach mal hier lang! Guck! Guck! Ey, so geil wie sich... Oh, da... das ist halt so asozial! Dass das geht! Das ist so bescheuert! Ich bin... ich bin eine... Wasen Couch! Ganz bekannt! Ganz teure Vase! Kann man... kann man hier eigentlich auch einfach die Tür zu machen? Geht das? Ha! Wie dumm ist das denn? Okay! Wir gucken jetzt einfach mal... Aber wir sammeln mal hier ein! Tschüssi! So, komm, wir gucken jetzt noch mal! Irgendwie haben die... Ich habe das Gefühl... Die haben gar keinen Bock zu suchen hier! Oh, die Schlingel! Hä? So! Da! Tschüss! Was wollen die denn haben? Hallo! Hallo, was wollen die haben? Hallo, ein Mag-Aktik? So bescheuert, ey. Sorry, das muss jetzt sein. Ein Mag-Aktik Bier. Hallo, wollen wir ein Bier haben? Hallo, wollen wir ein Bier haben? Hallo? Nö, okay, wenn die kein Bier haben wollen, dann kriegen sie auch kein Bier. Also, bitte. Bitte. Äh. Da war Obst, da war einer. Also, ob der jetzt, als ob der mich jetzt nicht sucht. Der hat einfach... Wo ist der? Da ist der. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Da ist der. 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 Der war ganz vorne mit dabei. Lass mich hier drauf, Mann. Danke. So. Mhm. Und lasse meine Statistiken. Aber immerhin, ne? Ich habe Statistiken, immerhin. So, mal gucken, ob ich auch mal suchen darf. Ich suche ja eigentlich gar nicht so gerne, aber ich will denen einfach mal zeigen, wie man es richtig macht. Wie man es richtig verkackt. Okay, was nehme ich jetzt? Kann man? Geil. Oh-oh. 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 Als ob der hier nie lang läuft, als ob der mich... Komm, wir verfolgen ihn jetzt mal. Oder wir lassen es einfach. Oh scheiße! Ich bin es verraten, das war eigentlich gar nicht so geplant von mir, aber ich wusste nicht, wo ich hin soll. Du kleiner, kleiner, kleiner Bösewicht. Okay, den Hammer. Das sieht ja eigentlich alles sehr natürlich aus. Du siehst nicht natürlich aus. Also doch. Okay. Aha. Aha. Das sind Sachen, die findet man genauso in der Natur. Krass. Okay. Ich dachte, da wäre ein Spieler mit dabei. Wir können ja mal hier hoch. Ach du Scheiße. Kann ich ja überall verstecken. Okay. Wo seid ihr? Du bist nicht natürlich. Doch. Boah, das ist echt. Da hat jemand masturbiert. Okay. Ja, warum nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich von irgendjemand verfolgt werde. Ich habe irgendwie, glaube ich nicht, dass sie hier sind. Vielleicht hier oben. Vielleicht sehe ich von hier oben irgendwas, aber es sieht nicht so aus. Du bist unnatürlich. Du kommst nicht in der Natur. Da hat sie hier mal als Mülleimer versteckt. Okay. So, es sind nur noch zwei. Also es wäre machbar, die zwei zu finden. Wo seid ihr, meine Freunde der Sonne? Jetzt, irgendwo einer gerade ver... Das war in meiner Nähe jetzt gerade. Warte mal hier. Hä? Das war hier gerade irgendwo. Okay, krass. Warte mal. Wer steht hier? Gar keiner? Oder was? Ich finde aber die Variante echt cool, muss ich sagen. Dass man sich so in so Objekte verwandeln kann. Aber in so, die es eigentlich in normalen Minecraft nicht gibt es. Finde ich ganz cool. Hat was. Hat definitiv was. Und... So. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich sehe nichts. Okay, 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 okay. Ich habe dir einen langen Brief geschrieben. Dass dich alle Kinder lieben. Ich hoffe, du liebst auch meine Power-Ups. Das ist voll geil. Von hier oben sieht man alles, ne? Ich habe halt nur Angst, dass der gleich von hinten kommt. Boah, Alter. Wie viele sich eigentlich bewegen, ey. Das ist der Hammer. Okay. Das ist aber auch wieder eine sehr große Map, muss man ja echt sagen, ne? Die hätten in meinen Augen ein bisschen die Zeit noch ein bisschen hochschrauben müssen. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde die Zeit ein bisschen kurz. So eine Minute länger oder so. Macht schon dann was aus, ne? Oh, hier ist er noch. Das hat er jetzt gehört, ne? Aber ich hoffe, der guckt jetzt hier nie in die Ecke rein. Der ist überhaupt noch hier. Scheint nicht zu sein. Okay. Ne. Ähm. Ich glaube, das ist auch... Ist das denn nicht ein Spieler hier? Peace dich! Ich glaube, die Pflanze... Ne, warte mal. Doch. Ich glaube, die Pflanze ist da unten. Muss ich glaube, ein Spieler sein. Genauso wie, äh, die Flasche... Oh. Achso. Okay. Klinkheit. Okay. 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 Habe ich gerade schon gewundert. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Bug. Boah, stellt euch mal vor, das wären alles hier Spieler. Stellt euch mal vor, man würde sich komplett in einen Raum nur verstecken. Das wäre irgendwie witzig. Da rinnt eine Pflanze weg. Sieht immer so bescheuert aus, wenn eine Pflanze weg ist. Ist das weggerennt, ey. Okay. Boah, warte mal. Geht das? Okay, ich komme hier nie wieder weg, ne? Okay, ich komme hier nie wieder weg, ne? Nie wieder. Oh, ne? Oh, ne? Oh. Oh, ne? Ach doch, ich könnte halt hier, ja gut. Boah, das Problem ist an dem Level, hier sind so viele Kleinteile, also hier sind wirklich so viele Sachen. Ich wisse selber nicht, wer hier ein Spieler sein könnte und was wirklich zur Umgebung gehört. Weil selbst die Flasche hier könnte ja ein Spieler sein. Also die Map ist echt ein bisschen tricky, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Map ist tricky. Tricky, tricky, tricky. Hey, 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 tricky. Tricky, tricky, tricky. Tricky, hey, hey, hey. Ja. Genauso und nicht anders. Kann ich mir hier... Gut, dann nicht. Wollte mich halt verwandeln, wenn ich nicht darf. Dann verwandle ich mich halt nicht. Ich bin 1 Müller Couch. Ich bin die Couch. Ich bin nämlich ein Couchkissen. Okay, mal gucken, was wir... Okay. Nee, 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 nee Ich finde das halt so witzig, wie viele Pflanzen hier einfach umlaufen. Es ist so bescheuert, ey. Aber warte mal, ich will mal so eine Hammerbox, so eine Flasche zu sein. Weil ich bin... Oh, lol. Das ist ein Spieler. Ja, ich sehe richtig viel. Aber allein in dem Raum, ne, sind drei Spieler. Also die hätten jetzt die Möglichkeit wirklich in dem Raum drei Spieler zu catchen. Obwohl der Ende ist ja gerade abgehauen. Hallo, ich bin der Günter, ich bin der Günter, ich bin der Günter. Was sehe ich jetzt erst, ne, sind das Öfen, die Gesichter haben? Dein Sohn, ne? Ne, ne, ne... Oh, guck mal, da ist ein... Ups, da war auch ein Spieler. Ey, die Halle, die Spielhalle ist ja übelst cool. Pac-Man! Da hinten ist ein Spieler, okay. Geht's da weiter? Ich suche gerade die anderen Sucher. Ja, ich suche die anderen Sucher. Ich weiß ja absolut nicht, wo die sein sollen. Oh, oh. Oh, fuck! Das ist ja richtig scheiße, wenn man sich ja nicht so auskennt. Na, 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 na. Ich ziehe jetzt einfach in meine Kreise. treasures. Obwohl, warte mal... So? Haha. Das klappt, ey. What the fuck? Haha. Über defines Arendt. Ah geil, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das funktioniert. Okay, damit hätte ich jetzt ja und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv da, die Fakusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin haut rein und tschüss.